Ich bin Detective 2 Wenn er dort wissen wir nicht Ob er jetzt kommt oder später kommt oder was auch immer Das hatten wir ja letztes Jahr schon Genau Ich tendiere auf später Ja Vielleicht kommt auch noch jemand Wir sind ja noch momentan im Aufbau mit dem Gerübschen könnte man sagen Genau Und jede Woche andere dabei Ja stimmt Wir würden keine Abwechslung beten hier Ist doch ok wenn du noch 2 3,4 Leute dabei sind Ja Könnte ein Traitor sein Genau Irgendwie wapp dich um die Tür Lass mich mal raus Einbeziehen heißt ich hab ein Visier Ok Ich hab ein Scope Schießen heißt schießen Genau Also Virus Ich geh wieder Ich geh wieder Tschüss Ist so viel los Ja wie ich gerade sagen wollte 3,4 Leute mehr werden wir auf jeden Fall noch dabei kriegen Und dann sind wir auf jeden Fall bald Vielleicht sind wir bald mal über 10 Ja die Tür ist da Das ist total komisch Also wenn ich gleich tot bin Aber es kann sein dass du hier am Türblech irgendwie hingeblieben bist Ja irgendwie Vielleicht hat man ein Gewehr oder so Keine Ahnung Und hab ich hier einen Ping in den Hohen? Ne Oh Gott hier geht's runter Ja ich hab den tiefsten Ping Okay Oh Du bist ein bisschen Traitor Ich bin Detective Ach scheiße Du bist ein bisschen Traitor 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 Ah ok jetzt sind die Bienen Das erkenne ich schon wieder Ne 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 Die sind ein bisschen laut bei mir die Bienen aber Ja Da hatte ich schon einer drei benutzt die neue Waffe Was sind denn das hier für Geräusche? Oh oh das sind die wie Oh ich treff nichts Ich hoffe nur bei keinem ist jetzt noch ein Error Oh ne Bei mir ist kein Error mehr Oh Hilfe kommt da Hilfe Aua Bei mir schwach Ich seh da unten ne Menge Errors Tötet sie Deswegen hatte ich ja gesagt die soll dann keiner benutzen Da hat jemand Banause hat gerade mit Irgendwas Schallgedämpften geschossen Ja ist ja richtig ich hab auch ne Waffe die Schallgedämpft ist Aber ich versuch gerade die Bienen abzuknallen Was hast du denn für ne Schallgedämpfte Waffe? Die wie heißt die? G3SG1 Um genau zu sein Boah Ja Leute das hier sind irgendwelche Man Hacks oder sowas Ja deswegen hab ich ja eigentlich auch gesagt die soll keiner benutzen Wenn die noch Error sind Ne Ah Hier werden Anweisungen genauestens befolgt Ja immer Die Bienen haben bei mir keine Errors Ja aber bei manchen halt Das ist dann halt nicht so geil Also Das ist auch dieses Brot Das Brot dann bitte auch nicht benutzen Okay Sonst hätte ich den Server neu starten Oh das meinst du? Ne 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 Das liegt am Strand Ja hier ist so die schwebende Error hier noch Das hat mich angegriffen Ne hieß die Hä? Aber wer hat die geschmissen? Äh der Detective wurde getötet Was? Okay Ja der liegt am Strand unten Von den Bienen oder? Detective war doch dingstens ne Turbos Da ist der Virus rennt hier rum Keine Ahnung ob der Detective ist Turbos ja gewesen Hat schon viel Blut um sich rum Ob das die Bienen waren Keine Ahnung Waren diese Errors jetzt eigentlich die Bienen Oder war das noch mal anders? Ja ja das waren die Bienen Also das ist Metall Bienen mäßig Oh scheiße Nein Der Virus warum bist du eigentlich vernetzt? Auch von den Bienen? Ja von den Bienen Okay Hier liegt noch eins Boah Stürb 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 Alter was ist denn hier abgegangen? Alter hier sind ja die Massaker Blutspuren ey Ja oben Ja ich wurde auch zweimal getroffen Ja ja Die sind übel die Viecher ey Wer ist das denn hier? Penny Was ist das? Guten Tag Guten Tag Schau nur was du dort Banause Boah Also schlecht sind die Bienen echt nicht Weil die sind relativ stark Aber wer ist das da oben? Der Virus Alter Ja Irgendjemand snipet hier Virus 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 ist der Erste Warum ich? Weil du gerade den Banause am Strand weggesnipert hast Eigentlich nicht aber der ist tot tatsächlich Ja oh oh War eine Überraschung ha Warum snipet jemand? Der Virus ist es bann aus Na Ah Eventuell könnte das etwas verdächtig sein Oder du möchtest grad die Schulter auf mich jetzt ablenken Ja ja also Banause war es mal klar sicher Warte doch wo die Banause zuhört oder nicht Kommt und holt mich Kommt und holt mich Die Leute die hier oben kommen sind toll Keine Ahnung sie vielleicht schon schauen wo du bist Das ist völlig gut Mit deinem Radar machst du das ne? Welchen Radar? Nur zu wenig Radar Wollte ich auch jetzt sagen Oh Arno und Virus ey Seid ihr die letzten beiden oder was? Oh das ist neu Was tut ihr denn? Ich bin innocent Ah Ah Servus Servus Ich bin Jungfrau Servus lebt auch noch Ich bin Jungfrau ja Ja Hey 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 Ah Wer schießt hier auf mich? Okay Anno spackt gerade glaube ich irgendwo ab Was ist das? Man hört die Hass zappeln Wer hat die gerade auf die Kiste gesagt? Scheiße Was hast du getan ey? Boah Boah Ich hab ihn gesehen So ne Scheiße ey Anno was hast du getan? Warum zappelst du so ab ey? Mann ey Oh Leute ey Was ist denn hier los? Ihr müsst mich holen Das ist euch schon klar oder? Ich bin hier Servus und Virus Können ruhig reden Das ist ja Naja Ist ja nicht so als wäre das jetzt noch ein Staatsgeheimnis hier Ist ja nicht mehr in dem Haus Wach? Verdammter Mist Lauf Kenny lauuuuff Oh shit Oh shit Na 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 Wir wollen jetzt hier kein Blödsinn machen ne? Welcher krieg brauchst du? Ah Hä? Hä? Na fuck Warum seh ich dich nicht man? Hä? Na fuck Warum seh ich dich nicht man? Bitte was? Das war ne Ansage Wenn du das mal verstanden hast Pujaka Oh man ich hab vergessen dass ich Second Chance habe Deppe ich So mal kann es sein dass ich jetzt innerhalb von 10 Sekunden gesagt hab Virus und Cerberus gucken sich die ganze Zeit an Vor allen Dingen finde ich wieder gut Ich sag Guck mal da steht der Virus und bin dann kurz danach tot Ja das Problem ist du wurdest beobachtet weil ich hab eigentlich dann gesagt ja so steht da Extra damit es nicht wieder auffällt aber naja Hab ich gedacht dass du mich gerade ziehst auf die Entfernung Ach mit der Schlipper geht alles Ach toll Oh die ist gut die nehm ich Ich werd jetzt nur erstmal weg Ja das ist eine sehr gute Idee Wie ist das jetzt eigentlich mit den Bienen? Ich bin in US mit der Brot Banause steht da ey Banause steht da Ich sehe Virus der snipet BAM Banause fällt um Hm Vielleicht etwas verdächtig aber auch nur vielleicht Wo ist das? Ach krass Ja gut ich war im Haus den von dem her gesehen und mich nicht ganz anschaut Also ich finde ich hab den elegantesten Freitod aller Zeiten gewählt Im Stamm Was doch immer du gemacht hast du hast irgendwo hart abgezappelt ey Ich hab den Aufzug gerufen aber bekannt gerafft dass der von oben auf mich runterfährt Oh Gott Hat sich vom Aufzug kaputt fahren lassen ey Der versuchte halt immer weiter runter zu fahren aber die Leiche hat natürlich die Visamassen blockiert Wer ist das? 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 Wer ist das für kleine Schruss? So was hallo ich bin mit dem Telefon auf der Richtung Hallo ja Hallo ja Sind die gewechselt Wer sind die unten? Hier unten ist der Banause Oh der hat gerade geworfen wer war das? Moment mal Was ist das der? Der Vivos läuft da Wer ist das für Arsch? Hast du geworfen Kenny? Ich hab nen Disco runtergebracht Ach tu das Banause Ich schmeiß noch ne zweite und noch ne dritte wieder hier runter Hast du ne Granate geschmissen? Du schmissst ihn vorhin? Hast du Angst? Ich habe keine Granate geschmissen Ich habe noch Ich habe noch gar keine Befund für mich also Da fliegt aber hast nen Höhenbogen Hallo Es fliegen mehrere Granatensüchste dranhört Servus servus Das ist so knapp Kenny Wie kommt er aus? Raus Nicht da Ok Ok Da ist mich fast runtergeschmissen Du standest in dem Glastasten drin Ne ich kann draußen Du bist doch voll weit wieder rausgelaufen oder nicht? Draußen Oh Oh das ist irgendwie explodiert Ja Jetzt Der Rechnung von Anno Was von mir? Ja Wer rechnet mit Anno? Ich bin unschuldig Ich bin sowas von unschuldig Oh Banause, Banause, Banause Der läuft nicht Bitte? Ich weiß nicht warum Es war Reflex Es tut mir leid Kenny hat mich geschossen Ich weiß nicht warum Aber irgendwie Banause, Banause ist bei mir Zu schnell auf mich zu Oh Hilfe Dann hat der Servus rum Ich geh mal wieder hier lang Tschö Das ist mir wirklich echt hart gegeben Kenny ist da oben auf der Seite Ja Kenny Ja, Virus, Hallo Ich hab da hinten Turbos angeschossen Ja, ja Ich hab mir nicht überlegt Der Turbos hat nämlich eine Pistole In der Hand Wieso läufst du mit der Pistole rum? Diegel nehmen wir noch Diegel Warum läufst du mit der Pistole rum, Turbos? Weil die Diegel gut ist Ja, das geht Ja, besser als der Fahrer Banause Ja, bitte Ja, der ist auch so verdächtig Ja Das sind sicher beide Ja Das sind sicher beide Ja Ja Dann hätte ich wahrscheinlich schon versucht abzukommen Gerade Wird er geschossen Was war das? Das war das? Ich hab hier Ich hab gerade gehört Du was? Warum schießen Kenny und Turbos? Ich hab ihn auch nicht Ich hab ihn auch nicht Ich hab ihn auch nicht Oh Ich hab ihn geschossen Der Turbos gegenüber Nehmen nur noch beide Also Die reden ja beide Da unten ist Blut Und Cerberus läuft dann vor Blut rum Was? Hier ist gar kein Blut Da ist eigentlich Ich krieg gleich ein Headshot Dann ist hier Blut Hier ist überall Blut Hast du ne Leiche Das könnte schon sein Wenn du ne Headshot kriegst Dass da Blut ist Das könnte schon sein Hier, wer kommt denn da? Wer kommt denn da? Kenny, was willst du hier? Hau ab Hier ist verdächtig viel Blut in deiner Nähe Und du sagst nichts Ja, es passiert aber auch nur einmal im Monat Oh man Freut mich für dich Herzlichen Glückwunsch zu seinem Zyklus Danke Ich mach das Du wirst du wirst Du wirst Du wirst Ich bin weg Detective 2 Oh Das ist Homework Habe ich geschlagen Das ist Banause, Banause Was? Da ist gerade links gestorben Der Detective Das ist natürlich ärgerlich Banause Das ist natürlich sehr ärgerlich Ja Wir beide die einzigen lebenden Der war auf dem Dach oben Weißt du auch wer es war? Ne leider nicht Ich hab nur gesehen dass der Schuss von oben kam Also Banause war ja der eine Die Fake Leiche Ja Fake Leiche Unten nur an der Klippe war eine Fake Leiche Ich hab die auch gerade hingelegt Dass ich ran Hingeschaut hab Ja ok Das ist einfach die Leiche Wo das Blut war Wo Kenny gemeckert hat Äh warte mal ich muss hin Es war Unter auf dem Turm da an der Felswand Hingliegen sehen Sehen wie sie hingelegt wurde So Irgendwer hat hier gerade dieses Banause ist es Was Das wissen wir doch schon Dass Banause schon ist Das wissen wir Achso ok Das halte ich im Gerücht Super Off Scheiße Mause ist tot Wo? Hab ich getötet Das ist vernittlich Ok Warte wer ist dich? Virus? Bist du oder? Der Detective ja Ok gut Warte du hast ja eh schon safe Wer lebt noch? Ähm Kenny? Ich sehe hier Turbos Wer ist ein Turm? Ist du? Auch ein Turm ne? Ja wahrscheinlich der Traitor dann Bannause ist tot oder was? Ja Bannause hat er getötet Ok Dann bleibt ja immer noch einer Traitor Ja Virus Der Turbos oder Kenny ja? Wobei ist es? Ist doch nicht Severus? Haben wir vier noch? Der ist da hinten Wir müssen die Leute mal kurz identifizieren Severus Tobos hat auf mich geschossen Tobos hat auf mich geschossen Glaub ich nicht Das glaube ich schon Glaub ich nicht Glaub ich schon Ziemlich schlecht aber Ziemlich schlecht aber Das Nur das Smart zu sagen gibt Hat niemand gesehen Dieser Schuss von vorhin Das mit dem Snipen Das ist nicht so deins gewesen Eben Ja Ja Ich habe ihn auf zwei Meter Distanz verfehlt Das ist das Traurige Boah Wo steckst du denn jetzt? Ähm Warten Und kaufen Aber nichts interessantes zu kaufen Eik Ich bin mir von hinten ledig Boah einen hat mein Reflex richtig ey Turbos du Dreck sack alter Turbos hast du mich von hinten direkt abgeschossen ey Also ja, geschossen nicht. Dann hab ich geschossen. War mein Reflex richtig, ey. Ja, aber es war... Haben sie auf mich verlassen. Ja, es war aber trotzdem kein wirklicher... Wurde ich das erste Mal vom Turm oben weg geschossen? Oder warst du bei Hause? Nee, ich hab dich nicht gekillt. Nee, jetzt schon noch schossen. Ich hab den Kenny gekillt und ich glaub den Anno mit der Granate. Ja, auch da. Auch da, ach verdammt. Ich hatte gerade einen sehr interessanten Soundtrack. Ich hatte ein komisches Wassergeräusch gehabt, was von dem Schläger jetzt kam. Oder von dem Mist. Also das Rauschen? Von dem hab ich schon mal gehört. Das Rauschen hat es hier oben an dem Haus. Das hier oben an dem einen Haus ist das. Also ich bin schon mal nicht der. Ich auch nicht. Kannst du mir mal die eine Schottkern runtertrappen? Hier, an dem Haus ist das mit dem Rauschen. Ich trau dir nicht. Da liegt noch einer hinter dir. Kannst du mir eine runtertrappen? Da schießt sowieso jemand. Okay, na jetzt ist er draußen nicht. Okay. War das ein AK? Da hat der Turbus irgendwie Waffen gerade weggeschmissen. Ich geh mal wieder. Das war eine AL-15. Total, total kacke. Eine Traitor-Waffe. Ja. Ach, scheiße. Was macht ihr da? Turbus? Nichtsack, nichtsack, nichtsack. Wer ist der Turbus? Warum geht der Fahrstuhl eigentlich nicht? Bitte aufpassen, der kann nicht recht leicht. Ja, aber der geht auch nicht. Doch, er geht. Echt? Wenn ich da eh rückt, passiert nichts. Anno kommt ihm ja auch runter. Der kommt runter. Ich bin einmal hochgefahren. Der ist gar nicht runterfahren gewesen. Ja, der tötet einen gerne mal. Das kenne ich auch. Wow, wow, wow. Wer hat auch meine Platte? Kenny, Kenny, Kenny. Kenny ist hier. Wer ist denn hier oben? Der Kenny? Kenny? Ich geh wieder. Tschö. Da sind mir viel zu viele. Das ist super. Ich hau hier ab. Das ist mir zu viel. Die Discos? Ah, ah. Der Traitor ist. Warte, kann ich mal dann Disco haben? Dankeschön. Ich lege den mal hier hin. Viel Spaß. Lebt Cerberus noch? Ja. Oh, wer wollte mich hier gerade töten? Wer war es? Dann ist er nach Tobus. Er war's Tobus. Das war angesagt. Das war angesagt. Ich krieg das da mal hin. Vorsicht. Fünf Sekunden später. Hm, wer wollte mich hier töten? Das hab ich mit der Dringer gehört. Das ist so ein Candy-Item. Anno war es nicht. Er war unten am Strand. Kenny? Warum bist du hier in der Nähe, wenn ich den Deadwinger gehört hab? Schieß ihn mal an. Ich geh wieder. Schieß mich an und fertig. Oh, wer ist denn hier? Der ist hier. Anno, 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 Anno. Ach, Cerberus ist übrigens der Detective. Tobus ist wieder der Bein und wieder voll. Die ganze Zeit war er Traitor. Ich bin da durchgehend. Oh. Was machst du denn hier? Wie kommst du da hin? Ich bin einmal ums Haus rum. Da drüben wieder rein. Und dann wieder hoch. Aber wieso? Weiß nicht. Ich trau mich hier nirgends wo stehen zu bleiben. Das ist das Einzige, was ich mich spiele ernsthaft. Ja. Kenny hat was gekauft. Ist stehen geblieben. Was hat denn den Deadwinger? Du bist hier hinter dem Felsen stehen geblieben. Kurz auf der Stelle. Und jetzt hast du dir eine Pistole in der Hand auf einmal. Das ist ja gelogen. Ja. Hallo? Okay, Kenny. Ich schieße ihn nur einfach mal an. Der schießt auch noch nicht. Hallo? Ich schieße auf dich. Der Cerberus ist Detektiv. Hallo? Der schießt doch gar nicht. Womit der? Mit seiner Pistole, die er hat? Der Brust hat aber Blut verloren. Das war der zweite Trader, der sich gerade geoutet hat. Cerberus? Hallo, hallo, hallo bitte, zweite. Ja, Kenny ist definitiv. Du hast auf mich geschossen. Kenny ist im Deadwinger. Er hat auf mich geschossen. Ich hab dich angiziert. Kenny ist nicht im Deadwinger. Doch. Du was mit Kenny niemals tun. Doch, doch. Ich schieße mal auf, um dir solche Berüchte zu streuen, bitte. Dass ich hier alles... Komm jetzt wieder raus, da. Geht doch. Ich bin viel zu weit weg, dass ich den Anno treffen könnte, verdammt. Wo ist der Anno? Ja, unterhalb des Leuchtturms. Okay. Boah, hinter dem Leuchtturm ist er. Ich kann es noch verfehlen, ey. Hinter dem Leuchtturm, okay. Also Leute, wer ist denn jetzt ein Traitor? Von welcher Seite? Gegen... Leute, schenkt mir mal Aufmerksamkeit. Ich weiß, wer Traitor ist. Wer ist denn jetzt ein Traitor, bitte? Kenny und Anno. Das war ja noch sehr zu bezweifeln. Kenny ist keiner. Aber Virus wird auch sagen, dass Kenny keiner ist. Hey, Anno. Lebst du? Das war auf jeden Fall sehr lustig. Hi. Alles klar, siehst du? Kenny ist kein Traitor. Oh doch. Nein. Was bringt dich denn zu dieser Anahme? Weil Anno auch tot ist jetzt gerade. Ja, hast du gut gemacht. Super. War Anno Traitor? Ja, sehr wahrscheinlich. Ja, krass. Wer ist denn jetzt noch übrig? Ja, du nicht. Hui. Das war laut. Anno, was tust du? Kannst du nicht einfach so Traitor sein hier, ey. Den Arme Banausen versuchen zu töten. So was geht nicht. Banausen, komm mal her. Ich halte dich mal. Oh. Scheiße. Scheiße. Oh Gott. Jetzt habe ich in einem Moment gedacht, äh, Banausen sei Traitor, ey. Nee. Ja, das Problem ist, ich habe ihn auf dem Turon gesehen, ich war wieder tot, muss ich ihn vorbeikommen haben. Ja, ich habe den Anno besucht. Aber Anno kam ja dann hochgeschlichen. Turret, mehr benutzen, das hat extrem laute Geräusche bei mir gemacht. Welche? Ja. Das Turret? Okay. Das war ein extrem lauter, nerviges Piepsen durchgehend. Das nehmen wir denn mal. Blasins, der soll ich noch nicht tun, ich bist der Item, sag ich mal. Welche Gerüchte, die immer wieder gestreut werden, ey. Gegen meine Person. Kann man gar nicht nachvollziehen, oder? Das ist auch üblich sehr. Das mag schieße ich einfach. Mann, ganz ehrlich, ich stehe da unten in der Ecke, gucke mich dreimal um, ob mich irgendwie mal sieht, kaufe an diese Scheiß Positions Swap, hab, weil ich keine Ahnung, ob wieder funktioniert und dann kriege ich eine Pistole in der Hand, was gekauft hat. Fuck, wie konnte mich denn jetzt durchsehen, ey? Verswischen Verswischen Spocker zu Wiens. Rechtsklick, Person auswählen, dann linksklick, wechselst du. Na du? Ja. Aber dann tauscht ich mit dem die Position, oder was? Genau. Klar, aber schon wieder, Detective. Hallo. Detective. Ja, Kenny, 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 Kenny. Also ich bin schon mal unschuldig. Ja, das stimmt. Hast du, hast du recht. Du bist doch gar nicht mehr da. Bei allen anderen bin ich mir unsicher. Wer war das gerade vor dem Fenster? Da ist der Tetev. Da ist der Virus. Iris. Da ist der Anno. Was? Der ist die Tetev. Haha. Er erwischt. Ich gehe mich jetzt irgendwo in ein Loch verkriechen. Lalalalalalalalalalalalalala. Oh, der schmeißt. Wer schmeißt. Keine Ahnung. In dem man schmeißt den Granat um sich. Ich habe zwei Smoke Rates geworfen. Bin ich jetzt schon wieder Traitor? Ui, wer kommt denn? Ja, wir sind Disco. Nichts los. Bananas, ja? Wir haben nicht in der Hand gehabt. Wir haben nicht in der Hand gehabt. Hallo. Hallo. Wie muss? Und Kenny. Und, wer ist er noch? Kenny. Kenny. Ich bin gegen die Tür gelaufen und habe mir scheinbar den C angehoben. Ich habe zwei Damage. Hallo. Wer war das mit der Pistole da? Hier ist der. Ich bin das. Das ist eine goldene Desert Eagle. Die kann man finden. Ich bin nicht so sicher. Normale ist besser. Wer ist das da oben? Oh, Virus. Kenny. Autsch. Boah, das ist irgendjemand. Cyrus. Ja. Oh, hier ist auch. Virus ist bei mir. Oh, ist das? Das ist ein Tot. Ja, stimmt. Ach, du faggleich. Ja, basic Blut. Äh. Hier ist aber sehr viel Blut auch. Ja. Ja, da ist ein Risiko. So, und wen haben wir hier? Bananose. 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 Kenny? Hätte ich hier Bananose mal zugehört. Virus und Kenny waren hier eben, kurz bevor ich hier rausgekommen bin. Virus und Kenny waren hier. Ey, 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 ey. Richtig gar nicht erst raus, Freundchen. Richtig gar nicht erst raus. Guck mal, in welcher Waffe er erschossen wurde. Ne. Ich glaube, da war ich schon. Aber was, jemand war, hast jemand war tot? Ich glaube, ich glaube, ich kann nicht so lange, bei der Leiche stehen zu bleiben. Weil, weil. Lol, ich. Wieso war jetzt denn gestorben? Ach, da ist jemand. Bananose ist tot. Virus ist verletzt. Wer ist der Detective? Ja, ich bin untergefahren von ihm. Äh, wer ist der Detective? Der kann doch hier, ähm, ein Ding machen, äh. Ähm. Ich weiß nicht so genau, warum ich Virus gerade nicht so vertraue. Das ist so geil, ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich laufe rum und. Und check, wie man sich jemanden tut. Das ist nicht mehr verdächtig. So geil. So was. Du, du, du. Ja. Wo? Der schimmelt da im Haus rum. Einer schimmelt auf dem Haus, das ist Kenny. Kenny kommt gerade auf mich. Gut, dass ihr mich seht. Da ist der Detective. Virus und Kenny. Ach du Scheiße, beide Traitor. Na klar. Warum lebst du auch noch? Ja, ich muss auch jetzt sagen. Das ist zu auffällig, ne? Wow, wer schießt noch nicht? Tu, Boss, Tu, Boss. Das zweite war zu spät, aber. Mir darfst du mal gelten. Ich habe mal noch nicht geschossen, war nur ein Gewehr. Ah, schon wieder hinter mir. Ist wohl immer hinter mir. Ja, schön. So eine Scheiße bin ich über die Klippe gefallen. Wer stand da an der Mauer? Oder an der Wand? Wir waren noch außer Tu. Ist man jetzt heute echt zu spät? Also, ich dachte, ich wäre jetzt noch normal in der Killzeit gewesen. Ja, tut mir leid. Das ist schon okay. Also, das erste war eigentlich noch drin, aber das zweite nicht mehr. Aber, ja. Ich check's gar nicht. Da war jemand. Sehr egal. Aber es ist Disconnect. Der war wahrscheinlich da drin. Es gibt Momente, wo es schlimmer ist und Momente, wo es weniger schlimmer ist. Ja, dann stand er da rum. Weil ich bin runtergesprungen, genau vor ihm wie der Snipe geschossen auszusehen. Habe gar getötet. Hat Anno wieder seinen Internet-Abspacker. Seinen typischen. Ganz so. In der ersten Folge. Vielleicht tut er seine Route ein, wenn er die reichen zeigt. Ja, hat er auf den Boden geguckt, wenn er sie reichen zeigt. Ja, genau. Wenn ich gerade auslaube. Ja. Warte, bereits in der Auto. Ja, gerade auf der Seite. Wer ist denn Traitor? Frag doch mal in der Runde. Da habe ich doch alle. Ja, ich bin's wohl wahrscheinlich wieder. Wie immer. Wie sagt man vor Gericht immer so schön? Alle. Lass mich doch hoch, ja gut. Was hat Verläufe? Oh, dies bis zum. Virus hat... Ne, hä? Welche auch was? Er weiß wo? Was war das denn? Virus schießt schallgedämpft. Traitor. Hallo? Wer ist denn rumgestanden? Kenny. Wer steht da rum? Kenny oder so? Virus, warum schießt du da rum? Virus, Kenny? Virus, Kenny, das hatten wir noch vorhin schon mal. Ich gehe weg hier. Ich habe übrigens eine Balausen getötet, der war Traitor. Tut mir leid, wenn aus der Fall war. Ich wollte gerade sagen. Assi? Sie sagen nur, wenn sie im Kino sind, Assi. Dann ein bisschen sehr auffällig. Nichts mal unterlasse ich's, okay? Random Kill war Assi, ist gut. Es war nicht unbedingt random. Es ist... Es hat einfach... Vor der Leiter stehen geblieben, hat auf den Boden geguckt und hat nichts gemacht. Als ob er rausgetappt hätte oder so. Und das macht zwar nicht einfach irgendwo im Untergrund. Wo sind alle? Einer kann da eben sich noch hinter mir hergelaufen. Dachte ich schon, jemand fliegt hier rum, dabei ist ein Vogel gewesen. Was da? Ich habe einen Köln gekippt, der ist für den. Und wenn du die ganze Zeit hinter mir herrnst, wenn ich hier die Leiche habe. Ich will sie hier schön offen haben. Virus? Hey. Hast du gekauft? Schießt man mich da? Virus ist gerade stehen geblieben beim Laufen. Ja, ja, Kenny. Wenn ich tot bin, dann ist es Kenny. Wenn ich tot bin, ist es Kenny. Wenn ich tot bin, ist es Kenny. Ja, ich habe auch dich geschossen. Nur um dich schon mal vorzubereiten, dass du etwas schneller... Random Kill macht. Schießt da auf die Leute, weil ich gelaufen habe. Ich habe es gerade auf der... Du bist da raus. Du bist am Bogen lang gelaufen. Hast du die Möglichkeit gekriegt, dass ich hinter dir hergelaufen bin? Ja, kein Wunder. Ich habe nicht hinten Augen. Oh mein Gott, ey. Warum bleibst du denn einfach so stehen? Weil ich gerade geschaut habe, ob ich im TS eine Anno sehe. Aber es ist noch nicht gekommen. Ich muss einen runterziehen. Ah, aha, 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 aha. Das ist wirklich die Tatsache. Besser auch noch im Spiel. Ich weiß schon, dass ich glaube, dass du nicht ganz ehrlich zugegeben bist. Kenny, Kenny, Tobus, Serbrus. Also, wenn du mich so verdächtigst und du es nicht bist, das ist ein von den anderen zwei. Ich finde es nicht, ich habe einen Täter getötet. Ich habe einen Täter getötet. Ich habe einen Täter getötet. Warum? Du hast einen Täter getötet. Okay, okay. Davon aus, dass du es nicht bist. Das ist der Annahme, die richtig ist. Das ist der verdammte Asi, wenn du den nächsten Kollegen übrigens... Oh, das schneidet wer? Das war ich. Oh Mann, Gott ey. Servus. Du, was mach ich. Der ist der Doofen auf dem Leuchtturm. Nur das ist klar. Ja, das ist Kenny. Kenny ist der. Der habe ich schon lange nicht mehr von Ihnen gehört. Der sagt doch nichts. Wer? Ich bin auf einem Hausdach, hallo. Jetzt? Aha. Banause lebt wieder. Kenny schießt auf mich. Das bin ich Kenny. Ey, da war irgendwo Banause bei dir in der Nähe, oder nicht? Der ist die Leiche neben mir hier. Oh Leute. Irgendwann tauchte da bei mir der Name Banause auf. Warum halt da? Ja, okay. Alles klar. Gleich im Gießt. Kenny. Hätte ich dich getötet, ne? Scheiße, ey. Upsala. Okay, also dann ist es... Okay, weißt du was? Dann ist es ja Turbus nicht, Kenny nicht, das ist Cerberus. Der hat gerade gekauft, glaube ich. Ich habe gekauft, genau. Ich verstehe. Oder was Meiger nicht gefunden, ja. Du bist Traitor auf jeden Fall. Ich glaube, kaum ist Kenny das erwähnen, wenn er Traitor wäre. Ey, genau. Der hat auf mich geschossen. Ich habe auch nochmal Cerberus angeschossen. Nur zur Sicherheit. Kannst du dich selbst auch noch anschießen? Was ist das denn? Aber einfach an Leute anschießen? Das ist verraschende Gerechtigkeit. Es ist entweder Virus oder du. Die beiden Möglichkeiten gibt es. Der Bruss ist selig. Wenn du jetzt nicht auf die Idee kommst, Wirksinn zu machen... Er war's. Ja, es ist... Keine Lachen raus, es tut mir leid. Also, ich muss sagen, wenn man noch niemals in Sekunde stehen bleibt, weil die Leitern sowieso scheiße sind, und ich habe nicht gekauft. Echt nicht? Nein. Ich habe den Punkt von der Leiter gesucht. Oder besser gesagt, den verrückten Punkt. Was hat euch denn daraus geführt, dass ich denn Traitor bin? Also, wie gesagt, Kenny hatte sich erschrocken, dass Banaus hier leben sollte. Das macht der Traitor nicht irgendwie. Vor allem, wenn es die Leiche vor ihm nicht gecheckt hat. Und Turbos hat ja den anderen, hat den Banaus getötet. Unrechtmäßig. Und ich bin ja auch nicht gewesen. Sehr komisch aussah. Und dann hat er das für mich nicht stehen, weil du keinen Fallschaden bekommst. Mich, Sada. Mein Gott, gibt's ja noch nicht hier. Waffi, oder was ist denn los hier? Ich würde sagen, als wirklich Kenny so gut gefakt hätte. Mein Anno, ich habe gerade nicht mitgekriegt. Ist da wieder rausgeflogen? Ja, eh schon lange. Okay. Was heißt, du hast nicht mitgekriegt. Wir haben doch gesagt, wie ein Router und so weiter. Achso, also Frankfurt hat Internet ausgefallen. Achso, jetzt für fünf Minuten weg. Okay. Also, was ist denn, was hat geschildert, oder? Nö. Nö. Bis jetzt nichts. Also, ich habe mal gerade geguckt, der Lord, der ist schon seit gestern nicht mehr online gewesen. Ich habe das Gefühl, Kenny ist Traitor. Kann ich jetzt mal... Bin ich diesmal nicht? Bist du auf mich. Du hast da eine Bombe geplantet. Oder hat es da auch wieder einfach nur gepiepst? Und war das der Aufzug? Ich will mal einen vernünftigen Arm. Und wenn das jetzt wirklich der Aufzug war, dann habe ich einfach Glück. Aber richtig Glück. Aber ich bin jetzt ziemlich sicher, dass da was gepiepst hat. Ja, da hat der Bombe geplantet unter dem Leuchtturm. Weg vom Leuchtturm einfach. Das war rechtmäßig. Das darf ich jetzt nicht nehmen. Oh, kennst du. Okay. Ja, der war unter dem Leuchtturm geplantet. Oh, weißt du? Bei raus? Von da raus? Ne, Severus. Du bleibst, Kenny, aber das war jetzt rechtmäßig. Du holst mir nur noch fünfliche Waffe. Ich will die AR-15 nicht, die Scheiße. Ich mag eine vernünftige Waffe. Kommst du immer zurück? Okay, weißt du was? Du bist nicht. Was war das? Da unten läuft jemand gleich rum. Ne, das bin ich. Ich habe keine getötet. Du hast keine getötet. Meiner. Der Kenny ist ein Trader gewesen. Hat die Bombe geplantet unter dem Leuchtturm. Hab ich schon zweimal gesagt. Ja, stimmt, habe ich mich gekriegt. Wer ist das denn? Wer steht denn hier auf der Stelle? Wer steht hier auf der Stelle? Ne, ich bin ja die Leiter am Versuchen hier. Ja, langsam zieht es aber nicht mehr, oder? Ja, ist klar. Wer meine Videos gucken würde, sieht, dass sie immer Probleme mit der Leiter hat. Ich weiß auch nicht, warum ich die Scheiße nie richtig hinkriege. Welche Leiter redest du? Die im Haus gerade. Also die da im Untergrund? Nein, die im Haus. Oben am Dach. Ah, okay. Es gibt ein paar Leitern hier auf der Map. Hat der gerade irgendwo gesehen? Der Zerbrus hat er mich da auch gerade gesehen. Ach, ich. Da haben wir nichts. Wer schießt? Schleifte, der hat es schon. Wer hat da eben geschossen? So, ich bin Traitor. Von Hause? Ich bin oben am Leuchtturm. Ich kann es nicht gewesen sein. Wie gesagt, das war ich. Auf wem hast du geschossen? Ich sehe. Und ich bin Traitor. Ach, wir sagen mal Traitor? Ja, ich bin Traitor. Nee, der hat gerade geschossen. Ja, ich habe gerade auf eine Scheibe geschossen. Wenn ich das darf. Nee, darfst du mit dem Traitor. Dann unterlasse ich das jetzt. Auf Scheiben zu schießen. Ehrlich? Warte mal. Ich drücke mal eben, mal gucken, ob die geht. Nee. Kann ich confirm. Wo ist der Virus hin? Er lebt, ja. Er müsste im Untergrund irgendwas sein. Tote Tote sehe ich gerade. Dann versuchst du es gerade mit dem Schiff abzuhauen. Ja. Ich würde gleich mit Stattung machen. Oh, oh. Okay, Thomas war es auf alle Fälle mal nicht. Nee, der auf dem Leuchtturm. War in Hause. Was? Warum? Also, wenn du da gerade hintergeguckt hast, zu ihm gezielt hast. Was? Kann ich. Okay. Er hat lieber für ein Gerücht. Guck nämlich auf den Leuchtturm gerade die ganze Zeit. Ich habe auf den Turm rausgeguckt, der auf so einem Boot gespielt hat und da hat einer runtergezielt vom Turm. Hast du mich nicht gesehen? Ich habe euch alle gesehen. Das kann... Aber irgendwas muss man ja machen, sonst sind wir gleich mal eine Stunde, wenn wir so weitermachen. Virus. Ja, okay. Also, jetzt wäre ich tot gewesen, wenn es Servus gewesen wäre. Also, bei uns ist es tatsächlich. Ich halte das für ein Gerücht. Ich halte das für ein Gerücht, dass er alle gesehen hat, weil mich Hunde gar nicht sehen. Weil ich Servus aus dem Haus ausbefolgt habe. Wenn du auf dem Turm bist, hast du mich definitiv nicht gesehen. Das hat schon da gelogen. Wir sind noch ein kurzer Ball. Da sind wir am Turm oben. Hey. Lass uns mal die E-Maldi in Ruhe vom Turm. Grundsätzlich sagen wir so, wir müssen ja nicht... Wir haben kein Zeitlimit von dem her gesehen. 3-0 haben wir gewonnen. Oder eher. Okay. Okay, die Dinge lösen wir so aus. Ich habe mir gedacht, da kannst du so durchlaufen, dass du heute... Aber nicht. Geht nicht. Genau. Also, ich hätte jetzt noch jemanden, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Gut, dann beende ich jetzt erstmal die Folge. Wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo oder lasst einen Kommentar. Da guckt bei den Jungs vorbei. Links alle in die Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020